Test, Test, One, Two! Hallo, hallo! Für alle, die leider nicht an dem diesjährigen Musicando live teilnehmen können, gibt es ja immer kleine WhatsApp-Mitschnitte, die dann ein wenigstens teilhaben lassen. Und ich habe auch hier noch einen kleinen Beitrag aus einem früheren Musicando. Bevor es richtig losgeht, muss ja immer erst die Anlage und müssen Instrumente getestet werden. Also ein Soundcheck ist erforderlich. Viel Spaß bei dem nun folgenden Soundcheck. Test, Test, One, Two! One, One, Two! Check, check! Hallo! Hallo! Ich höre mich nicht. Conny, kannst du mal ein bisschen Halt drauf machen? Conny, ich höre mich nicht. Conny, was ich schon immer sagen wollte, wir arbeiten jetzt schon so lange zusammen. Du bist der größte Sch... Danke! Schlagzeug als nächstes. Base-Dram, bitte! Danke! Schnell dran, bitte! Danke! Toms, bitte! Ja! Danke! Ja! Percussion! Die Gitarre, bitte! Die Gitarre, bitte! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, Pass, bitte! Danke! Keyboard, bitte! Untertitelung. BR 2018 Danke, Background-Vocals. Wo ist die Background-Sängerin? Ja, ja, ich hab's fast. Noch mal dasselbe, bitte. Danke, Schatz. Alle zusammen, bitte. Rosa, schenk mir dein Herz und sag ja. Rosa, schenk mir dein Herz und sag ja. Rosa, da kommt nicht erst die Nummer. Danke, Schatz. Jetzt sind die Profis. Sehr, sehr gut. Super, das war ein Blödsinn. Danke, Schatz.